Die Welt ist schon ziemlich scheiße, mein Junge. Unruhen, Proteste, Kriege machen nicht mal vom Sozialismus halt. Stellt euch vor, das wäre eine Russe für deine Oma, falls sie sich doch was aus Fisch macht. Herrlich, wie kommt es, dass du immer neue Männer kriegst? Das fragen wir auch. Was ist denn ekel? Sie sagen schon, dass ich gerne bin, die die Männer in den Kopf schickt. Wir gehen davon aus, dass der oder die Tatverdächtigen im Fall Erich Winkler, dass die hier in Feuermelder verkehren. Fisch Winkler, war das eigentlich wirklich ein aller Nazi? Und was für Einer? In der Schule sagen sie, die Nazis sind historisch überwunden. Kann nicht sein, was nicht sein darf. Kennst du das Sprichwort? Ich glaube, ich bin verliebt. Was ist denn das für ein Blödsinn? Du hältst jetzt mal die Klappe! Weißt du, womit du die Frauen beeindrucken kannst? Mit Geheimnissen. Wenn irgendjemand rauskriegt, dass ich dir von der Kommune erzählt habe, dann bin ich dran. Nicht so laut, du Idiot. 25, hast du eine Meiser? Holger, Jungs, was ist da los? Das ist ein Kind und kein Straffeind! Wer solche Unwahrheiten in die Welt setzt, der möchte nur unserem Staat schaden. Verstehst du das, Holger? Was hat er denn? Nichts hat er. Dort ist er. Also pass auf, heute kann ich Rudis Rente abholen. Ich kann sie aber nur abholen, wenn er noch lebt. Verstehst du, was ich meine? Außerdem ist er Tüchen kühl, da hält er sich. Rüppchen mit Rindfleisch genommen her! Was haben Sie in Westberlin gemacht? Einen Weihnachtsbaum. Ich dachte dazu, alle Namen ab. Das sind doch alles Gauner da drüben. Das passt mal auf. Das darf man bei dem Kapitalismus ein Schnippchen schlafen. Sieht viel besser aus als vorher.